welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren folge wrc 7 heute geht es rein in italien sardinien vier mal das heißt wenn wieder knackige zwei folgen werden wir sind zum reisen bereit ziel der rallye werden sie nicht mehr als zweimal letzter kategorie also in meiner in meiner rennklasse sonst irgendwelche bonus aufträge machen wie von 87 degrees flip into baum nee aber ich versuche mal auf spaß wenn der vorsprung es hergibt in 360 zu versuchen italien sardinien auch wieder nicht die größte fläche für so einen quatsch besonders für die fronttriebler da bräuchten wir eigentlich so einen stadionparkplatz aber vielleicht finden wir irgendwo eine ecke wenn wir den vorsprung haben was schwierig sein wird weil wir nur ja ja maximal vier mal fahren nun rein geht's bis in die form von australien die route die wir fahren 30 mit recht innen halten und links 3 nicht schneiden ein schlechter bändchen ergreifert mich 30 achtung oh gott links 3 über bodenwellen wir fahren jetzt ja also wir fahren jetzt immer noch kontin rein was noch ein bisschen gewinnensbedürftig ist aber wir fahren jetzt zum ersten mal auf schotter die koppel ist sehr bekannt voraus 4c 10 und 11 rechts 6 in links 5 50 rechts 4 beengung über kuppe sehr lang aber den aktuellen WRC teilen ist das hier eine rechts 3er kurve keine rechts 4 rechts 3 kurz in links 3 kurz 40 rechts 4 lang über kuppe sehr lang das merkt man auch dass ich mir solche zahlen merken kann dass ich das dass ich die rechtlich spiele zum Teil echt oft gespielt habe anhand des anhand der quersches aber immer noch zu wenig rechts 4 30 rechts 4 nicht schneiden öffnet sich links 3 lang innen halten yes die kreis drehen sich nicht raus und oh shit das ist mein alter vrac 10 nah blanc sport mit gemeint mein frontriefler dreht sich nicht raus rechts 4 nicht schneiden 6 7 wie soll ich das denn mit dem 6x machen rechts 4 beengst sich links 4 kurz 50 rechts 4 in enalte links 3 kurz 30 fitz links über kuppe 6 5 bodenwellen öffnet sich 30 64 50 64 60 60 60 30 60 60 alles klar scharfe Handahl rechts öffnet sich 65 Oh, die Ecke kenne ich auch 1 die HANA rein großer Sprung jetzt links yes Aua, oh Gott und auch in WC7 kann ich gucke überhaupt nicht rechts 3, links schneiden 60 den Spitzen 40 links 3, gut 40 rechts 3, gut links schneiden sympathisch ich komme mit der Stimme 50 oh, die hätte ich überhaupt nicht bremsen gebraucht links 3, sehr lang und auch überhaupt nicht in den dritten Gang schalten müssen das ist gar nicht gut und rechts 3, LAMS ins geschafft ich bin mal auf das Gesamtergebnis gespannt oh nice wir haben Gegners das ist geil yes ähm nun mal gucken ob wir die nächste Stage auch kennen finden wir es heraus 3, 2, 1 oh, wir können reparieren Service Bug nach der ersten Stage oh, das sieht verrückt aus ich glaube die kennen wir nicht obwohl das könnte ne doch, die können wir vielleicht doch das ist die Power Stage könnte das sein das kurze Ding was wir ja in WRC 11 in der Nacht gefahren sind einfach hier brainnet reparieren kostet ja auch alles gar nix äh, x yes Route hm Super WP Wertungsprüfung die haben das übersetzt ne statt Special Stage Wertungsprüfung aber finde ich gut du magst auch ab und zu mal einfach komplett random Sachen auf englisch und deutsch zu zu vergleichen mit Ambulance Krankenwagen ist einfach so ein kleines kleiner Hobby an schwachen Tagen nun x uh stylische Kamera Startbereich Harnadel rechts dicht schneiden 30 hoch rechts vier außen halten 20 2 kurz 30 Oh ja, wie ich da rumkomme viel besser als mit den WC1 Autos in Generations die Schärfer Harnadel links nicht schneiden und Harnadel rechts nicht schneiden hober in den außen öffnet sich 40 Achtung rechts 3 scharfer Harnadel rechts ho kurz den Evo Modus angemacht Komischerweise sind die vier geschaltet. Ich dachte das klappt, aber die Drehzahl war irgendwie direkt mit der Lapp. Und nicht rüberrutschen, da ist eine Kante. Und Hallenadel rechts, nicht schneiden. So entspannt, das Cruisen um die Hallenadel. Ich habe jetzt sofort innen angefahren, da habe ich mir immer selber ein bisschen Schwung. Ein bisschen schneller, jetzt wird hier breiter. Deshalb können wir auch mal kurz die Hallenadel Ausgang im dritten Gang fahren. Achtung! Oh! Oh, die Zeit! Kurz vorm Ziel, der Schneider-Move. Einmal alles kurz vergessen. Sechs Sekunden. Well. Oh, wow. Das war es dann somit schon mit der Folge, ne? Wir sind ja nur zwei Minuten gefahren jetzt, aber in der zweiten Stage. Hm. Vielleicht könnten wir die komplette Rallye Italien-Sardinien in eins unterbringen? Ne, das wäre alles zu hektisch. Von daher, willkommen! Hier aus dem Startbereich der dritten von vier Wertungsprüfungen. Es geht wieder rein. Und mit ein bisschen Glück können wir unseren Vorsprung ausbauen. 100, rechts, 4, Licht schneiden, 50. Elendig, bergauf gestartet, kurz vor der Kuppe. 6, 5, kurz, rechts, 4, langen, 30. 6, 3, weg, nicht, nicht schneiden. Sehr langen, rechts, 5, innen halten, 50. Oh Gott, wie lange ist die denn? Oh Gott, oh Gott. Gar, ich habe nicht gerechnet, dass die einfach 10 Minuten links umgingen. In rechts, abbiegen. Verengung, in links, 5. Verengung, hinten halten, 30. Oh, fuck. Rechts, 3, öffnet sich, 30. Links, 4, in rechts, 5. Verengung, 30. Kloten, 40. In rechts, 5. In Kloten, 50. Links, 5, kurz. Links, 5, kurz, 3. In rechts, 5. Links, 4, sehr langen, innen halten. Rechts, 5, kurz, in Bodenwelle. Links, 5, langen, weg, sich, über Kuppe. Rechts, 4, öffnet sich, er. Achtung! Bremse, rechts, abbiegen. No. Aber gut gebremst für die, für die Rechts. Und links, 100. Und auf dieser Stage gibt es für den Akku-MVRC immer noch. Links, 5, 90, 2. Sehr lang. Aber wenn sie Jugo dann immer noch fahren, dann, naja, warum auch nicht, ne? Rechts, 3, langen, öffnet sich, 40. Achtung! Bodenwelle. Links, 4, sehr lang. Über Kuppe. Achtung! Ein bisschen wenig Drehzahl. Rechts, 4, über Kuppe. 60. Links, 5, langen, weg, sich, 4, 40. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rechts, 5, 40. Rechts, 5, 40. Achtung! Rechts, 5, 40. Bremse. Rechts, abbiegen. 50, 80. Rechts, 6, langen, weg, sich, hier. Drehzahl. Links, 4, 6, langen, rechts, 4, kurz, öffnet sich, über Kuppe. 30. Spät rechts, 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 5, links, 4, nicht schneiden. Rechts, 3, langen, nicht schneiden, öffnet sich, 60. Über Kuppe. Rechts, 5, rechts, links, 4, Vollbrennung, 20. Anlage, linken, nicht schneiden, 60. Oh, das ist die Kurve, die ich in WC-11 niemals hinkriege. Und das hat, glaube ich, Bestand. Rechts, 5, 60. Kurz, 30. Links, 4, langen, weg, sich, 150. Rechts, 4, weg, sich, links, 4, seine Innen, sehr langen. Achtung, Fremde, rechts, abbiegen, zuvor, Beengung, rechts, 5, nicht schneiden, 60, langen, 30, in links, 5, nicht schneiden, 40, spitze, rechts, 4, langen, über Kuppe. Oh Gott, das ist alles langen. Oh. Mal kurz alles wegwerfen, was man sich aufgebaut hat. Rechts, 4, nicht schneiden. Und Achtung, Vollbrennung, Anlage, links, öffnet sich, bergauf, 40. Oh, Gott. Rechts, 5, über Kuppe, 30. Zweite Gang hatte no power. Über Kuppe, in rechts, 5, und 6, 3, über Kuppe, rechts, 3, über Kuppe, innen halten, 30. Und rechts, 2, nicht schneiden, in spitz links, und geschafft. Ja, schade, doofe Fehler dabei gewesen. 12 Sekunden, das, das, das hat wir getan. Oh oh. Das ist jetzt aber sehr schlecht. Warum funksnuckelt das alles nicht? Okay, Folgentitel. Unerwarteter Rückschlag. So, sorry für den unerwarteten Cut. Das Spiel hat sich gerade ein bisschen, ein bisschen aufgehangen. Ich muss das nochmal neu starten. Deshalb bin ich gespannt, wo wir jetzt sind. Haben wir... Wo, wo, wo sind wir gerade bei der Route? Bitte. Okay, der hat noch die dritte Stage genommen. Nur die Replay ist flöten gegangen. Gut, dann machen wir mal schnell hier Reparazzi und dann... Auf geht's. Oh shoot. Oh, oh. Das sieht ja gar nicht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Yes, no. Wie viel Strafe gibt das? 50 Sekunden. Ähm, ja, nee, dann... Sollte das so gewesen sein. Passt. Eine Minute Reparaturzeit übrig. Tag Beginn. Oh, wir haben Regen. Ich glaube zum ersten Mal haben wir Regen, ne? Wow. Wir sind jetzt nur 4,12 Kilometer. Und wir fahren wieder die Australienroute. Einmal drumrum. Von der... Vom Layout. Vom Umriss. Und rollen. Oh, warte mal, ich mach die mal aus. Und so gucken, wie Regeneffekte aussehen. Im Gegensatz zu WC11. Wo es keine gibt. So braucht man den Wisch in den Schlamm. In der Zwischenstage. Weg zu machen. Oh Gott. Ich habe mich nicht getraut, in die Viererkurbe zu fahren. weil seit dem aktuellen Teil eine Dreieckmaube ist das hat mich ein bisschen bembumselt ich klicke nicht sehr langsam rechts 4 links steuern links 5 kurz rechts 4 rechts fangen wir einfach mal das Cutten an rechts 4 innen halten links 3 kurz 30 überkupe, links 5 Bodenwellen öffnet sich 30, links 4 öffnet sich, 50, rechts 4, 50, lang, links 3, kurz, 50, rechts 5, 30, Fremde, rechts 3, links schneiden, 50, und links 1, scharfer Anhalt rechts, öffnet sich, links 5, über Kuppe, großer Sprung, links 4, rechts 4, oh, oh, wie ist das denn jetzt, aus der Wut er gelaufen, ja, gleiche Frage, stelle ich mich gerade nochmal, 40, rechts 3, links schneiden, links 5, 70, links 3, sehr lang, über Kuppe, links, oh, die Kurve hat wieder zugeschlagen, Es ist geschafft! Die eine Kurve, die mir am Anfang zu schaffen gemacht hat. Number of the Devil. Hier der unter einer Sekunde Abstand, wie nennt man das? Der Millisekunden Abstand? 0,666? Also es ist jetzt 2, aber ich hatte gerade einen kleinen Schock, dass ich irgendwie unbewusst jetzt doch wieder in der ersten Stage war, weil oben rechts sind da vier Kacheln für... Naja, man könnte man für vier Werksprüfungen... Aber nee, es ist für Junior WRC, WRC 2, WRC 1 und... Weil wir nur drei Klassen haben, für Gesamt. Und da bin ich siebter. Wo ist denn die WRC 2? Warte mal, was? 2,47. Oh! Ich bin nur eine Sekunde langsamer gefahren als der erste in der WRC 2. Was ist denn das für Lulatsche? Ist ja unfassbar. Aber übrigens, das haben sie mittlerweile geändert, ne? Man sieht nicht mehr die anderen Klasmos. Und man hat auch mittlerweile auch keinen Regeneffekt auf einer Scheibe. Also das Spiel damals ist in vielen Punkten besser als die aktuellen Spiele. Wir haben Regeneffekte. Wir haben... Einsichten in andere Klassen. Wir haben coolere Animationen. Überhaupt, wir haben Animationen. Wir haben ja auch noch einen Klasmos. Weil sonst... Im aktuellen WRC sieht man nur, dass die... Ab und zu mal... Nicht immer. Ab und zu mal... Ein Auto vor uns startet. Und wir ranrollen. Aber ich hätte mal richtig ein Männchen, der uns ranwinkt. Naja, zum Messpunkt. Und alles. Das gibt's in der aktuellen WRC nicht mehr. Im Spiel. Und eine coolere Anzeige für Autoreparieren. Wo man direkt sieht... Ah, das Teil ist da im Auto. Das Teil ist da im Auto. Es ist cool. Das ist wirklich cool. Und Kreis. Gut gemacht, Daniel. Ich werde mich revanchieren. Wer bist du überhaupt? Warst du ein Gegner von mir? Wer bist du? Wie hieß er denn nochmal? Ach ja, der Dennis, ne? Hier. Das ist er. Heilige Makrele. Warum... Hab... Hab ich... Ich hab schon wieder gewonnen, ne? Verdammt. Ich hab vergessen, auf den Abstand zu gucken. Weil ich dachte eigentlich jetzt mit dem... Mit der letzten Prüfung hätte ich knapp verloren. Äh... Hab ich aber nicht. Aber warum habe ich jetzt nur zwei Bonuspunkte bekommen? Für die Power Stage? Ich war doch Erster. Oder nicht? Doch, ich war Erster. Mit 2,66... Sechs Sekunden. Kurz überlegt, ob ich noch eine Sechs vergessen habe. Aber ne, hab ich nicht. So, wo geht's denn, äh... Morgen rein? Morgen geht's... Polen! Tschindobre! Wir sind in Polska! Leco mio della quante! Schön auf... Auf... Auf der Heimfahrt nochmal... Prinze Polo kaufen und... Ab geht's! Geil! Dann würde ich mal sagen, Leute! Morgen wird's richtig... Saftig und knaftig! Äh... Und, äh... Wenn's euch gefallen hat... Dann lasst doch gerne Pussy weiter und laut! Ich bin nochmal Rose! Haut rein! Bye bye! And have a great time! Bye! Have a great time! Bye! Bye!